Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gern deinen Like, Kommentar und auch Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam wachsen und dadurch den YouTube-Algorithmus sprengen. Und genau deswegen lege ich direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir doch sehen, was der Tag für dich bereit hält. Das sieht sehr spannend aus heute. Und es geht auch gut los, die Indigo und Kristallkinder, Erzengel Metatron. Du hast einen guten Draht zu Kindern. Vor allem kannst du Kindern helfen, die besonders empfindsam sind. Und da merkt man, du suchst hier tatsächlich deine wahre Aufgabe, die du dir für dieses Leben mitgegeben hast. Es geht nämlich darum, dass du die ganze Zeit dachtest, du musst einem Weg nacheifern, der gar nicht für dich bestimmt ist. Wirst aber heute das Gefühl dafür bekommen, dass diese Zwischenmenschlichkeit oder vielleicht auch sogar wirklich die Arbeit mit den Kindern für dich in deiner Passion liegt. Man sieht nämlich hier das Aufgehen deiner Vision, das Öffnen für deinen Geist in Form von Tatkraft. Und dass dein Wissen von früher, was in deinem früheren Leben auch schon so passiert war, dass du hier das erkennen wirst, dass du eine wundervolle Aufgabe auf jeden Fall mit Menschen in diesem Leben zu absolvieren hast. Im beruflichen Sinn, denn dein Öffnungsweg geht über diese Kinder, sie geht über die soziale Arbeit und zeigt auch auf, dass du noch längst nicht an deinem Ziel angekommen bist, aber jetzt darauf aufbauen darfst. Und das ist natürlich sehr schön, weil du dir dadurch auch neue Power gibst. Du gibst dir neue Kraft und neue Ziele und hast gewusst, dass irgendwas tief in dir drin immer schwingt. Selbstdisziplin Wenn sie genügend Selbstdisziplin entwickelt haben, können sie darauf vertrauen, dass sie in jeder Situation angemessen reagieren werden. Dies ist eine notwendige Voraussetzung, um inneren Frieden zu finden. Das ist etwas Schönes, was du Kindern übrigens auch gut beibringen kannst. Wer persönliche Meisterschaft erlangt hat, behält immer die Kontrolle und Übersicht, auch in schwierigen Situationen. Wenn sich andere ereifern und die Ruhe verlieren, kann er sich zurückhalten und seine Würden bewahren. Üben Sie Selbstdisziplin und gewöhnen Sie sich Routinen an, die Ihr Leben bereichern und integrieren Sie wohltuende Abläufe in Ihren Alltag. Finden Sie die Möglichkeit, um in jeder Situation die Übersicht zu behalten zu können. Jeder Bereich Ihres Lebens wird davon profitieren. So, die Selbstdisziplin sagt dir also, dass du für dich in deinem Leben an dem Strang ziehen sollst, dass du dich auch selbst glücklich machen kannst. Und das sieht man. Du schaust jetzt weg von dem Drang der anderen. Du bist aber bereit, dir Selbstsicherheit zu schenken, was bedeutet, dass du deine Zukunft selbst sichern wirst. Und da warst du immer so ein bisschen im Gedanken bei anderen. Du hast immer überlegt, ja, kann da jeder dann gut mit umgehen? Oder ist da vielleicht noch etwas möglich, dass es anderen auch besser geht dadurch? Du hast immer probiert, die ganze Menschheit mitzuziehen in deine Güte oder in dein Glück. Und wo das dann immer, ja, für ihre Zwecke so gesehen ist, braucht. Was jetzt aber auch ein Ende hat, weil du weißt und verstanden hast, dass die eigene Kraft erstmal zu dir gehört. Und diese eigene Kraft, die du da entwickelt hast, die zeigt natürlich jetzt auch auf, dass du bereit bist, für dich visionär zu arbeiten. Und visionär zu arbeiten heißt, dass du auch bereit bist, neue Wege aufzutun, um dir selbst deine Weisheiten zu vermehren. Denn deine Weisheit liegt derzeit in der Geschlossenheit, möchte aber geöffnet werden, weil du sehr, sehr viel mehr noch kannst, als das, was du dir bisher zugetraut hast. Das heißt, die Selbstdisziplin fördert auch gleich dein Selbstvertrauen und gibt dir sofort auch die Resonanz mit, dass du wissen wirst, welcher Mensch dir dabei behilflich sein wird. Mitgefühl Erzengel Zadgiel Erreiche dein Herz bezüglich dieser Situation und aller Menschen, die darin involviert sind, einschließlich deiner eigenen Person. Das Mitgefühl liegt natürlich jetzt ein bisschen in der, ja, Reue zu dir selbst. Da sollst du jetzt natürlich dich nicht an den Pranger stellen, dass du manchmal die Scheuklappen nicht abgenommen hast. Das ist was ganz Normales. Du hast der Norm gedient, so gesehen. Und du warst verschlossen für diese neuen Impulse. Und es ist auch okay, dass du verschlossen warst, weil du diesen Lerneffekt ja erstmal gebraucht hast. Jetzt aber ist der Lerneffekt getan und dadurch kannst du dich jetzt öffnen und hier diesen Energiewechsel durchführen. Und Energiewechsel, der liegt positiv für dich. Und deswegen stärkst du dein Urteilsvermögen. Sehr, sehr schön, wie es alles wieder übergeht. Wenn Sie diese Karte gezogen haben, müssen Sie besonders darauf achten, wahr von falsch zu unterscheiden. Spüren Sie, was falsch oder richtig ist. Nutzen Sie Ihr gesundes Urteilsvermögen, wenn Sie Entscheidungen treffen oder neue Freunde und Kollegen kennenlernen. Überlegen Sie sich genau, was wirklich im Interesse Ihrer Vision und Ihrer höchsten Bestrebungen liegt. Bringen Sie Ihren Verstand zur Ruhe, folgen Sie Ihrer Intuition und lernen Sie, ihr zu vertrauen, damit Sie kluge Entscheidungen treffen können. Lassen Sie das los, was zwar verlockend ist, sich aber nicht mehr im Einklang mit Ihrer Bestimmung befindet. Ich bin wachsam und gebrauche mein Urteilsvermögen. Und das ist genau das, was sich da spiegelt mit dem Mitgefühl, du brauchst nicht sauer auf dich sein, sondern genieße es, dass du jetzt Fortschritt leben kannst und diesen Fortschritt für dich dann auch nutzen wirst, weil er nötig ist, dass deine Berufung gelebt werden kann, dass deine Selbstzufriedenheit aufgelebt werden kann und vor allem, dass du bei dir ankommst und endlich sagen kannst, ich bin zufrieden mit mir und meinem Leben. Bereite deine Flügel aus. Erzengel Ariel, halte dich jetzt nicht zurück. Das Timing ist perfekt und du bist bereit, dich in die Lüfte zu erheben. Wunderschön. Du bist bereit, dich in die Lüfte zu erheben. Du kannst dich jetzt entscheiden. Halte dich nicht zurück, sondern folge deiner Intuition, folge dem, was du so lange hast auf der Strecke liegen lassen und öffne dich für deine magischen Taten, öffne dich für dein magisches Sein und deine Einzigartigkeit. Dann kannst du auch dein Glück in voller Fülle entgegentreten. Sehr, sehr schön. Und da kommt die Nachhaltigkeit noch dazu. Geben Sie Ihre Bequemlichkeit auf und auf und verzichten Sie auf ledigliche symbolische Akte der Nachhaltigkeit. Bemühen Sie sich stattdessen um ein tiefes Verständnis des ökologischen und spirituellen Gleichgewichts aller Dinge. Gehen Sie achtsam mit Ihren Ressourcen um. Verschwenden Sie Ihre Lebenskraft nicht, indem Sie sich Sorgen machen, sich Stress aufbürden oder zornig werden. Kultivieren Sie Ihren positiven, liebevollen Geist, damit Sie selbst wieder ins Gleichgewicht kommen. Ich bewahre, was begrenzt ist. Ich ehre, was unbegrenzt ist. Und das zeigt dir natürlich jetzt auch auf, dass die Entscheidung, die du heute dann treffen wirst, für dich, dein Berufungsweg natürlich auch oder auch dein Bewusstseinsweg, dass das in deiner Nachhaltigkeit sehr, sehr hohen Gewinn hat, weil du Stress ablegst. Du dir nicht immer alles aufbürdest und dich auch mal an erste Stelle stellst. Also all die Dinge, die du so lange hast vermissen lassen. Es ist schön. Dir wird heute sehr vieles bewusst in Form von der Berufung. Dir wird klar, Sozialität ist dir sehr, sehr wichtig. Du wirst merken, du musst mehr an dich denken und nicht so streng zu dir zu sein. Und du darfst dich hier entscheiden. Du darfst für dich und deine Zukunft arbeiten. Du darfst und sollst dich entfalten. Und das ist das, was schon lange hinfällig war, aber selten genutzt wurde. Aber der Weg, den du heute hier einschlägst, den wirst du jetzt bis ans Ende gehen und dich dadurch deinem Glück einfach offenbaren. Und das ist wirklich der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Das gönne ich dir von Herzen.